Außerhalb der Gruppe stehen, oder? Ich weiß nicht wie wir das machen, oder wir müssen halt genau wissen wann die kommen nochmal ein bisschen mehr rein. Ich würde sagen, die Heiler stellen sich genau in die Mitte. Oder was? Kann alle anderen suchen. Das war jetzt eben zweimal ein bisschen lustig. H Leah. Ja? 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 Ja, jetzt einmal ein bisschen. Genau, Haldemarks. Delta. Haldemarks. Haldemarks. Jupp, die sind definitiv im Timer. Haldemarks. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Tank stacks Tem que estar aqui? Ich bin gespannt. Ich bin gespottet. Oh du fixer! Was? Was? Du meinst jetzt erst müsstest? Tank... Strahlen? 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 Und dann... danach die... Gravitus paddeln? So ne erstmal kommt die Saui zurück. Naja... und dann steht klein, Georgie. Na, die Mauer. So... Leer. Ahja... ok... alright. Saui kann ich jetzt nicht verstehen, oder? Ich sterb nicht so, Schutt. Kommen die Tanks? Ja... Oh nein... Verwärbt sie nicht. Ah, das sind Rechten. Ich bin genau dead heraus. Dann... Oh scheiße, Tanks doch. Highland! Ach, cool... Was? War Picking? Okay, gut. Das müssen wir jetzt nehmen. Und ähm... Wir haben da die Drehdinge. Ahja... Das war's. Gravati Gravati 9 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 10 10 10 10 11 das ist ein zirkel der paare ok ich weiß nicht was das nächste ist Ich glaube, das ist ein weiteres Haus. Easy Clamp, nice. Okay, das ging jetzt irgendwie erstaunlich schnell. Oh, nice. Ich hätte hier gesehen. Aber gut, dass Kuni noch ein LB rausgehauen hat, das ist gut gewesen. Ja. Der LB war...